Du musst mal wieder Papierkram erledigen? Vergiss den Papierkram! Mit einer Acrobat Pro Lizenz gehören überfüllte Notizbücher und Geldbeutel voller Quittungen der Vergangenheit an. Zeit für das nächste Level! Mit wenigen Klicks wird aus dem Papierchaos ein durchsuchbares PDF. Wie das geht? Ganz einfach! Dein Smartphone wird zum Scanner. Mit der kostenlosen Adobe Scan App fotografierst du deine Dokumente ab. Die Qualität stimmt immer. Bei schlechten Lichtverhältnissen schaltet sich automatisch der Kamerablitz ein. Alternativ kannst du auch JPEGs in die App laden. Danach funktioniert alles ganz intuitiv. Drehen, zuschneiden, Seiten hinzufügen und entfernen oder die Reihenfolge ändern. Die App wandelt gedruckten Text in Sekunden in digitalen Text mit originalgetreuen Schriften um. Den kannst du bei Bedarf bearbeiten. Passt alles? Dann speichere deine Dokumente als PDF ab. So kannst du sie bequem aufbewahren, weitergeben und mit Acrobat DC durchsuchen. Mach deinen Papierkram zur Chefsache. Scan like a boss. Mit Adobe Acrobat Pro DC.